ich bin drin und habe gute sicht auf die ich habe beide wieder das zurück zu den mauern zurück zu den mauern und wir gleich gegen zwei kämpfen ihr seid an zwei fronten Die Diage retten das Haus, das ist hier rechts oder? Die respawn, die respawn, die respawn. Ja, zu spät. Der Block ist hier alleine. Schön. Die anderen stoppen hier, perfekt. Oh, Junge. Fick mich, fick mich, fick mich, fick mich. Ah, 100 guckst du, Brace. Und direkt wieder down. Brace hat sich schon pissen, komm zurück. Und direkt wieder down. Nicht flicken, nicht flicken, nicht flicken, nicht flicken. Probier runterzukommen, ich schieße für dich. Hier und gleich auf links, 80 links. Schieße mich von Anteins an, dann gleich unten rein. Und direkt wieder da. Ich muss grad einfach, um probieren, in den Keller reinzukommen. Ich bin im Keller, wegen Leben. Verliert ein Leben in den Keller, Tom. Ja, du bist halt gerade hoch. Kommt schnell, komm schnell in den Keller. Ja, so nach unten. Scan nach hinten. Über uns überhaupt das welche Hausdach. Ja, nur der. Nur der. 40. 136. Oh, der ist 1. Ich geh hin. Ne, wo gehst du hin, wo gehst du? Nicht, nicht da hoch, nicht da hoch. Was machst du? Ja, okay. Nicht für den Einpisser. Ah, da ist ne Lover gerade noch. Entweder zu ihm oder weg von ihm. Ne, da hinten noch hoch. Ja, ich hab nur gelegen. Und wir down. Und wir down. Ne, ich bin im Haus, gerade über euch. Ich geh jetzt auch durch da hoch. Ich mach kurz hier unten. Muni hoch. Ich ruf kurz meinen Red Drop hier. Craver wird jetzt schmecken doch. Let's go. Oder Bogen. Da vorne geht der. Auf Ping. Bogen. Auf Pingen womöglich. Ich werfe noch Light-Amo, wenn jemand braucht. Wir müssen jetzt über die Brücke, oder? Ja. Und dann links. Oder wir zippen. Ne, okay. Ne, ne, ne. Lass lieber rechts, lieber rechts. Obwohl, ne. Links sind auf jeden Fall Gegner. Da hab ich gerade welche gesehen. Da hab ich die gepinkt, ne? Und das hier? Ja, komm. Dann einfach hier an die Wand. Ja. Da, direkt vor uns. Direkt vor uns. Ja, zu viel da. Raid is not. Raid is not. 96 Lifeline. 96 Lifeline. Granaten rein und los. Ich muss healen, ich hab nichts. Ja, wir müssen trotzdem. Ja, meine Ulti, meine Ulti. Ich hab zwei genug. Ich hab auch einen genug. Ich hab auch nicht einfach. Schön. Da läuft einer ganz außen. Fack, fack, fack. Die von oben. Die von oben. Einer sind noch am Rand. Ah, die sind echt. Ja. Die echt bauten. Ja. Jawoll. Junge. Gegner, Gegner. Da liegt noch einer. In der Ecke, in der Ecke. Kommt mit, kommt mit, kommt mit. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Kommt mit mir. 70 auf den. Fick. 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 Ach, okay. Das ist teuer. Verbringst. Ich mach Energy Amor und ich brauch Batterien noch. Ich will mir noch welche haben. Ich hab zwei, aber... Nein. Ich mach Risky Move. Komm, hier sind Wände, hier sind Wände, hier sind Wände. Ja. Komm jetzt. Ich nehm noch kurz die Batterien da raus. Eine genockt. Ja, so stark. Hier auch. Lifeline. Ich denke, wir müssen erst auf vier. Noch langsam. Junge, warum? Flankier hier ein bisschen. Halbfinale jetzt. Halbfinale. Ja. Bleib hier in den Maunen. Bleib hier in den Maunen. Ich kämpfe nach oben. Ich kämpfe nach oben. Ich kämpfe nach oben. Oh, Revenant 1. Oh, fuck. Die Maunen sind auf jeden Fall der Punkt, wo wir am Ende zu Ende spielen. Lifeline auch 1. Boah, wir nehmen die grad so auseinander. Ja. Die Lifeline, klick die. Finish während die aufgehoben wird. Hab die gefinished? Sehr schön. Mach langsam, mach langsam, mach langsam. Dann zeig die Lifeline bei der Kiste. Ich bin drin und hab gute Sicht auf die. Immer nur full. Immer full. Immer full. Ich hab beide wieder totes Crack. Ja. Ja. Revenant 1. Hab den getrackt, die Ulti. Trifst dich immer aufs Schild. Trifst dich auf Lifeline. Beide getrackt. Lass zurück zu den Maunen. Lass zurück zu den Maunen. Sonst müssen wir gleich gegen 2 kämpfen. Ihr seid am Zweifel. Ja, ja, ja. Revenant kommt auf Lifeline. Mauern, Mauern, Mauern. Revenant down, Revenant down. Da lag kein Lippau noch. Okay, drück. Ah, hinter mir, hinter mir, hinter mir. Ja. Und wie denn hier? Ja, geflogen halt. Cracked? Jawohl. Gauber, Jungs. Junge, hab ich am Ende noch Schaden reingeprügelt in das Lifeline Squad. Der Bogen hat auf jeden Fall auch für kurze, kurze Momente nochmal geliefert. Du bist die Apex-Champions. Boah, ich hab die auf jeden Fall böse massiert. Geil, Junge. Geil, Junge. Geil, Junge. Oh, gut. Geil, Junge. Geil, Junge. Geil, Junge.